Ich leite mit dem Anästhesisten zusammen die Narkose ein, ich überwache das Herz-Kreislauf-System und wir sind auch diejenigen, die die Patienten sehen, wenn sie wieder aufwachen. Wir haben Einblicke in die modernste Technologie, wie zum Beispiel den OP-Roboter, um dreidimensional in den Körper einblicken zu können. Aber das lernt man auch super schnell und es macht auch viel Spaß. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es geht natürlich auch nicht ums Geld, aber wir haben einen gut bezahlten Job. Dafür braucht man kein Abitur oder auch kein Studium. Ab der mittleren Reife kann man quasi diese Ausbildung anfangen. In der Uniklinik Mainz gibt es zehn verschiedene Fachbereiche, in denen man Aufstiegschancen hat. Ohne uns würde im OP nichts gehen. Wenn auch du Bock hast, hautnah im OP mit dabei zu sein, dann informiere dich einfach hier. Aufstiegschancen 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 Aufstiegschancen